Worauf wartet die SPD eigentlich, dass Angela Merkel den Sozialdemokraten Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsidenten vorschlägt? Sie hat doch längst hinreichend klargemacht, dass sie ihn in der Union nicht für durchsetzbar hält. Deshalb hat sie den Grünen Winfried Kretschmann gefragt. Sie hat Andreas Voskuhle gefragt, den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Beide haben abgelehnt. Norbert Lammert, den eigenen Bundestagspräsidenten, allerdings mag sie nicht. Also, warum rafft sich die SPD nicht auf, den überaus angesehenen eigenen Außenminister zu nominieren? Sie will doch nach der Wahl im kommenden Jahr ohnehin raus aus der Großen Koalition. Sie denkt in Richtung Rot-Rot-Grün. Das wäre doch ein interessanter Test. Ich bin überzeugt, dass Frank-Walter Steinmeier im dritten Wahlgang sehr gute Chancen hätte. Mit seiner Nominierung jedenfalls hätte die SPD schon mal eine mächtige Figur auf dem Brett. Und Angela Merkel käme unter Druck, jemanden dagegen zu setzen. Bloß wen? Am Ende aus bloßer Not doch Lammert? Das wäre doch interessant zu sehen. Die SPD sollte also aufhören, sich klein zu machen und der Herrschaft von Merkel zu beugen. Sie bestimmt doch nicht, sie kann nicht bestimmen, wer in diesem Land Staatsoberhaupt ist. Würde ist auch in der Politik eine Kategorie. Die SPD